Start zum 24h-Rennen vom nächsten Wochenende in Schütz. Los geht's bereits am Samstag mit dem Start der Fahrer um 2. Am Samstag sorgt für Unterhaltung der Fäger Hampi. Ab der halben 9 spielen die Schichler im Oktoberfestzelt. Ab der 9 das Trio Wolkenbruch auf der Hauptbühne und das DJ-Team Up & Down in Ponson gibt ihm Barzelt Gas. Am Sonntag ab der 9 gibt es die Morgenbranche mit musikalischer Unterhaltung mit dem Schweizer Übergli-Quartett Sonnenschein. Die Zielankunft der Biker ist am 2, Rangverkündigung am 4 ab 3. Der Eintritt ist wie immer gratis. Das Mountainbike-Rennen vom nächsten Wochenende in Schütz darfst du nicht verpassen. Die Zielankunft. Am 4. Am 4. Am 4. Am 4. Am 5. Untertitelung des ZDF, 2020